Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Aktion-Kameras. Das High-End-Produkt in unserem Aktion-Kamera-Test geht an die Wolfgang Action-Kamera. Die Wolfgang Gar 100 Action-Kamera hat eine native 4K-Videoauflösung mit 4K. Die Gar 100 Helm-Kamera wird mit einem externen Mikrofon mit Geräuschunterdrückung geliefert, um in lauten Umgebungen klarere Töne aufzunehmen. Das mitgelieferte Multifunktionsmontage-Zubehör kann die Anforderungen verschiedener Nutzungsszenarien wie Fahrrad, Motorrad, Reiten. Die Gar 100 ist mit der Eis-Anti-Schecke-Funktion ausgestattet, die die Videostabilität und Glätte erheblich verbessert und die wunderbaren Momente des Sports auf einfache Weise festhält. Diese Zeitraffer-Kamera verfügt über eine Vielzahl von Aufnahmemodi, wie Selfie, kontinuierliche Aufnahme, Timing-Aufnahme, Zeitraffer-Aufnahme, Loop-Aufnahme, Zeitlupe und Automatik-Modus und so weiter. Das wasserdichte Gehäuse der Unterwasserkamera Gar 100 ist robust und langlebig. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Generisch-Action-Kamera. Diese Action-Kamera liefert professionelle 4K-Videos mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde. Solch eine kompakte Kamera wird Ihnen helfen, wertvolle Momente mit der Natur einzufangen, jede wunderbare Outdoor-Aktivität aufzuzeichnen, Ihr tägliches Leben perfekt zu präsentieren. Sie müssen nur die App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterladen und die Action-Kam mit dieser App verbinden, dann können Sie Ihre wunderbaren Momente sofort auf verschiedenen sozialen Medien teilen. Diese Sportkamera ist mit einem wasserdichten IP68-Gehäuse ausgestattet, was Sie zur perfekten Wahl für verschiedene Unterwasseraktivitäten macht, wie das Anbinden eines Kajaks oder Schnorchels und so weiter. Ausgestattet mit einem 170 Grad einstellbaren Fischaugenobjektiv, können Sie das Objektiv dieser Kamera leicht einstellen, um zu schießen, wo immer Sie wollen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Action-Kamera-Test ist die GoPro HD Hero 3. Zur Befestigung der GoPro an Autos, Booten, Motorrädern und vielem mehr. Leistungsfähige Saugnaufhalterung hält Geschwindigkeiten von mehr als 240 km pro Stunde stand. Für Stabilität und größtmögliche Verstellbarkeit entwickelt. Die verstellbaren Arme ermöglichen eine extrem kompakte Montage. Einschließlich einer Schnellspannplatte, damit bequem zwischen Aufnahmen und Standorten gewechselt werden kann. Für maximale Haltekraft muss die Oberfläche sauber sein. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.